Das ist eine Ansage an den MPC, Markus Söder, der selbst seine Mutter verkaufen würde, um König von Bergdeutschland zu sein. Komm doch nach Berlin, wenn du dich traust und nochmal zur Frage, wie hart ich bin. Ich hatte heute Morgen eine Schale Nägel zum Frühstück und das Ganze ohne Salz. Also pass auf, du Cringelord, wenn du meinen Bubatz nicht in Ruhe lässt, dann legalisiere ich einfach alles und dann hast du den Frankfurter Hauptbahnhof direkt vor der Haustür.